So ein Taktwechsel ist ja schon was Spannendes. Man kann sein ganzes Arrangement interessanter gestalten, der ganze Song wird insgesamt weniger vorhersehbar, damit aber auch interessanter für den Zuhörer. Und falls du jetzt nicht wissen solltest, was ein Taktwechsel ist oder wo man das einstellen kann in der DRW, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019. Ja, so ein Taktwechsel, das ist schon ein spannendes Ding. So ein Taktwechsel, was ist denn überhaupt ein Taktwechsel? Jetzt kann ich es ja verraten. Also stell dir mal vor, du hast einen Song, der läuft die ganze Zeit im Viervierteltakt durch. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt plötzlich in deinem Song, weil du dir das so ausgedacht hast, ein Zweivierteltakt. Das heißt, die Zählweise wäre eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Macht das Ganze insgesamt weniger vorhersehbar und damit auf jeden Fall ist das eine spannende Stelle im Song, die den Zuhörer so ein bisschen catcht, so ein bisschen gefangen nimmt und auf jeden Fall daran erinnert, hier, pass mal auf, das ist aber ein cooler Song. Und außerdem hat er auch noch solche Sachen drauf. Also natürlich alles unbewusst, das kriegt er nicht aktiv mit, aber er denkt sich schon irgendwie so, coole Ecke gerade gewesen da, was auch immer das gewesen ist. Es war ein Taktwechsel und ich kann dir am besten mal am Beispiel zeigen, was ich damit genau meine. Achte mal hier bei dem Gospel Sample, an dem ich hier für meinen anderen Song noch arbeite, achte mal auf Takt sieben, was da genau passiert. Du kannst ja mal versuchen mitzuzählen im eins, zwei, drei, vier und guck mal, ob du mit eins, zwei, drei, vier auch weiterkommst ab Takt sieben. Hören wir mal rein. Genau da bei Takt sieben war so ein Taktwechsel. Der bot sich an. Ich habe das Ding am Klavier geschrieben und da war diese Stille und dann habe ich gedacht, ach komm, lass die anderen zwei Viertel einfach weg, sondern mach direkt weiter. Klingt spannend, interessant und das ist es ja in der Tat auch. Nur das Problem ist jetzt, dass ich da diesen Taktwechsel habe. Ja gut, könnte man jetzt sagen, ja, dann fehlen da halt zwei Viertel. Wo ist denn das Problem? Theoretisch hast du natürlich recht, aber ich gehe natürlich davon aus im Arrangement, dass hier immer zum Beispiel auf dem Takt acht oder auf dem Takt neun, dass da dann immer auch die Eins vom nächsten Takt ist. Ist aber nicht so, weil wenn ich hier mitzähle, wenn ich hier mal ab Takt sechs abfahre, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Das heißt, wenn ich jetzt hier weitergehe, dann ist hier in der Mitte vom achten Takt plötzlich die Eins und das würde mich komplett durcheinander bringen. Will sagen, man sollte einfach darauf achten, dass man auch oben in seiner Taktlinie natürlich den richtigen Takt einstellt. Aber das ist sehr einfach, machbar in Studio One auf jeden Fall. In Logic zeige ich es dir gleich und vielleicht kannst du mir ja unten mal in die Kommentare reinschreiben, wie es in deiner DRW ist, falls die eben nicht Logic oder Studio One sein sollte. Dann kann ich vielleicht auch noch was lernen, wie es in Reaper, Fruity Loops, in Ableton, in Cubase, Pro Tools und wie sie alle heißen, wie es da funktioniert. Hier in Studio One ist es ganz einfach. Ich bleibe mal im Zoom direkt drin, denn hier ab Takt sieben ist der Taktwechsel. Wir stellen also hier den Transport erstmal mit einem Klick auf die sieben und wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste draufklicke, jetzt ist der Zoom hier ein bisschen reingegangen, wenn ich mit der rechten Maustaste draufklicke, dann kommt hier ein Menü und da muss ich nur auswechseln, auswählen, Taktwechsel einfügen. Dann fragt er mich noch, was es genau für ein Taktwechsel sein soll. Dann geht nämlich dieses Menü hier auf und ich sage einfach, dass es hier zwei Zähler sein sollen und ein Zweivierteltakt sein soll. Okay, zack, eingestellt. Das heißt, ab jetzt ist hier oben alles nur im Zweivierteltakt. Da steht es auch. Zweivierteltakt, sieben, acht, neun und so weiter und so fort. Ab da sind alle Takte zwei Viertel. Das soll aber natürlich nicht so bleiben, denn der nächste Takt wäre ja schon wieder ein Vierviertel. Also gehe ich einfach auf Takt acht jetzt hier und kann da wieder den Transport hinstellen. Klick wieder mit der rechten Maustaste, mache ich mal jetzt ohne Zoom, klick mit der rechten Maustaste, Taktwechsel einfügen. Da kommt jetzt ein Vierviertel, das hat er schon richtig vorhergesehen. Klick auf OK und danach ist wieder alles hier auf Vierviertel. Und wie du jetzt schon sehen kannst, der Loop geht ja bis zum Ende hier von dem kompletten Sample, von dem ganzen Päckchen, was ich da programmiert habe. Und wie du siehst, ist jetzt der Takt richtig eingestellt. Und wenn wir jetzt hier mal gucken an der Stelle, wir spielen das mal ab, kannst du auch mitzählen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei und ab da läuft es dann wieder sauber durch. Da kann man auf jeden Fall dann alles richtig einstellen und ab da kommt man dann auch im Arrangement nicht mehr durcheinander und weiß dann genau, okay, da sind zwei Viertel. Und falls du das vielleicht intuitiv bisher gemacht haben solltest, dann weißt du jetzt auf jeden Fall, was da mit Taktwechsel gemeint ist. Du baust also Taktwechsel in deine Songs ein, ohne es wirklich gewusst zu haben. In Logic ist es auch sehr einfach, das kann ich dir mal eben zeigen, wenn du da nämlich den Taktwechsel machen möchtest, dann ist es so, dass du da einfach auch mit dem Transport an die Stelle gehst, wo du den Taktwechsel einfügen willst. Dann machst du es aber oben im Transportfenster, da steht ja schon vier Viertel, da stellst du dann einfach auf zwei Viertel, sagen wir mal so. Dann stellst du den Cursor einfach ein bisschen weiter, ab der Stelle, wo er wieder den Vierviertel machen soll. Und dann stellst du oben im Transportfenster wieder vier Viertel ein und dann hast du es schon umgestellt. Also auch rucki zucki und du siehst, es ist kein Hexenwerk, aber es ist natürlich im Arrangement ein cooler, Trick, mit dem man seine Mucke ein bisschen aufpimpen kann und einfach dafür sorgen kann, dass es spannender wird, ohne dass man großartig Akkordschubs da reinmachen soll oder Samples einfügen muss oder sonst was. Einfach indem man einfach mal zwei Viertel weglässt und im Arrangement dafür sorgt, dass es spannend bleibt. So kannst du es einstellen. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen, den Gedanken vielleicht auch mal umsetzen in deiner nächsten Produktion. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn dem so sein sollte, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen haben sollte, dann drück einfach zweimal schnell auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und jasso.